Ihr Kumpel, der wurde ermordet. Männer wie ihm hat dieses Land seinen Wohlstand zu verdanken. Aber was unserem Kumpel jetzt passiert ist... Pass mal auf. Jetzt, lass mal. Du Häschen! Keine Trauer! Wo waren Sie vorgestern Abend? Zu Hause. Und gibt's da Zeugen? Nee. Bin ich jetzt verhaftet. Der Tatort. Sonntag, 20.15 Uhr im Ersten. Und 21.55 Uhr in One.